halli hallo mein lieben homies willkommen zu einer neuen tagesquest von der sesquid origin so ich habe wie immer mit räder gesprochen wir sollen die wahre finden und zurückholen und das werden wir natürlich auch machen also let's go hier ja gut let's go eigentlich mit bohr gewesen ich würde mal sagen und ab geht die post schauen wir mal was es hier wartet ihr wisst ja bei exe killer ich habe das locker egal was hier ist okay und wir sehen noch mit dabei und auf jeden fall schon ein paar okay vier stück sind da vorne einer ist in der höhle vielleicht gehen die und die anderen uns ja gar nicht auf den sack wir lassen uns überraschen die sind schon mal weg die sehen uns gar nicht hier schießt das ist doch schön fragen dann ja komm bei klasse grund war direkt power movie Entschuldigung meine lieben Homies, aber danke. Hier bin ich im Eierkopf. Sehr schön. Meine Güte, was ist denn los? Okay. Einmal noch mit Rädern sprechen. Dann haben wir die Tagesquests wieder auf unsere Art gemeistert. Sehr schön, hier können wir uns wieder hinbeben. Das ist gut. Ah, nur am nächsten hier. Mann, Mann, Mann. So, ich würde sagen, morgen kommt eine Folge Resident Evil Revelation 2 wieder. Und eventuell kommt noch was Neues, auch ein Let's Play. Wir lassen uns einfach überraschen. Schauen wir mal, würde ich sagen. Aber es kommt morgen was. Das ist versprochen, mein lieben Homies. So, dann quatschen wir noch kurz mit Rädern. Ich sag, wir kriegen einen weiteren Speer. Jo, Räder, was geht? Na, was haben wir da schon? Ein weiterer Bogen. Bogen der Bitterkeit. Seltener leichter Bogen. Alles klar. Dankeschön, Räder. So, Bo, dann lass mal hier schön in der Sonne, im Rampenlicht hier. Auf jeden Fall, meine lieben Homies. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Tagesquiz. Auf Wiedersehen.